hallo und herzlich willkommen zu einem neuen diamond painting video ich habe hier den zweiten teil von meiner bestellung bei one day safing tüte ist schon weg und ich habe hier was bestellt und ich weiß gar nicht mehr was ach hier ist ein bild drauf doch ich erinnere mich und das habe ich für meine freundin bestellt ich habe mir das oh nein oh gott okay ich dachte gerade es wäre kaputt aber nein es ist nicht kaputt alles gut ich habe mir das nur ein bisschen größer vorgestellt aber ja mein gott macht nichts das hier mache ich weg das sind solche das waren nur solche ausschlüsse ihr seht es gleich tool kit ist mit dabei dann die steinchen das sind schöne bunte straßsteinchen und das ist nun so ein tür anhänger oder halt einfach ein anhänger mit vögeln auf einem ast und jana ist ziemlich klein aber gut dann ja wieso nicht und da ist dann die kette dann kann man das halt hier festmachen hier links und rechts und dann kann man das aufhängen und kann sich das an die tür hängen oder ans fenster wo man das haben möchte ja genau da dachte ich vielleicht hat meine freundin interesse daran ich frage sie mal bilder macht sie nicht so gerne aber solche sachen macht sie gerne und genau da frage ich sie mal und dann habe ich noch was für meine freundin mitgenommen und zwar das hier wir haben ja bald wahlentils tag und da verschenkt verschenkt man auch gerne mal eine flasche sekt und dann dachte ich das ist doch was schön mit mit ab steinen mit straßstein und das rote hier sind abg steine oha cool und leute das ist so schön guckt mal richtig niedlich die bärchen mit dem riesengroßen herz und das wird dann auch aus ab stein sein mega cool aber ich sehe gerade irgendwie sind die bärchen da doppelt drauf gedruckt worden hier sieht man das so ein bisschen am rand aber es ist nicht so schlimm okay ja ist interessant klingt auch echt richtig gut ist cool und dann kann man hier eine flasche sekt rein machen kann das verschenken ich finde das total schön und ich dachte ja valentinstag genau zum valentinstag dann genau da frage ich sie auch mal ob ihr das gefällt mache ich mal zur seite und dann lasse ich die kleine gerne so was machen zum verschenken das ist so eingepackt das sind blumenstecker und da habe ich schon öfter mal ein paar bestellt aber die gehen immer gut weg genau ich kann jetzt halt auch nicht so viel sagen aber ich habe ja ein pflegekind und da gibt es öfter mal personen die dann auch ja die die sich eben auch mit um das kind kümmern zum beispiel die verantwortlich sind pflegekinderdienst zum beispiel jugendamt vormund sowas alles und je nachdem wenn dann irgendwelche anlässe sind zum beispiel weihnachten oder wenn die person eben wechselt was auch ab und zu mal vorkommt dass irgendwelche betreuungskräfte wechseln oder jemand anderes zuständig ist sowas halt und dann mache ich das gerne dass ich irgendwie blumen verschenke jetzt nicht so ein blumenstrauß oder so sondern halt so blumen in einem topf und dann lasse ich die kleine das dann machen und dann kann man da diesen blumenstecker reinstecken dann ist noch was was die kleine gemacht hat mit dabei meistens ist das nicht so schön wenn solche verabschiedungen halt sind aber das gehört einfach dazu das ist halt normal und genau das muss man eben auch lernen das gehört zum leben dazu und dann ist meistens nicht so motiviert was zu machen und dann ist das gut wenn das nur so klein ist und dann ist halt noch was persönliches quasi von ihr mit dabei und dann erklären wir das auch immer so dass die person das dann auch aufhebt und immer wieder verwendet und wenn das in den blumen ist zum beispiel in der küche und dann sieht die person dass ja auch jeden tag und denkt dann immer anziehen dann ist sie nicht vergessen worden und dann ist der abschied ja auch kein abschied sondern man denkt immer noch weiter an die person weil man eben noch was gegeben hat was die person weiter verwenden kann und deswegen finde ich das immer schön so was kleines eben dazu haben um das mit rein zu stecken genau und das ist ihr dann auch wichtig da sind diese stecker mit dabei und diese saug dinge und dann wird das einfach da rein gesteckt und dann wird das hier dran gemacht genau so funktioniert das ganze und deswegen habe ich gerne so was kleines da weil das eben auch mal schnell gemacht ist weil manchmal ist das auch ein bisschen spontan dass man da was braucht da haben wir die steinchen da sind dann so verschiedene ja sondersteine mit dabei auch für die sonnenblumen also mir gefallen die wirklich sehr 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 gut finde ich eine schöne sache gerade für kinder jetzt zu machen auch mal zum verschenken wie gesagt für die oma's oder tanten wie auch immer dass die kinder auch so ein bisschen ihren beitrag leisten können und sich freuen wenn nur wenn das geschenk weitergegeben wird finde ich halt schön genau und da mag ich das sehr gerne finde ich gut dass es das gibt und dann kann sie sich auch ein bisschen dran verweilen aber und so ist es auch mal so dass ich das dann schon einfach mal so machen lasse und sage ja wenn wir das mal brauchen dann hast du schon gemacht ja wegen der motivation dann halt man kann es verstehen dann habe ich noch hier was schweres und zwar aufbewahrungsbox in riesig ja ich habe mir in haufen bilder abgekittet weil ich lust drauf hatte und dann habe dann habe ich halt gemerkt dass ich nicht so wahnsinnig viel aufbewahrungskisten habe mit mit viel platz sondern eher nur diese kleineren tatsächlich mag ich diese eckigen boxen mit den vierer slot teilen am liebsten in dieser großen variante aber ich glaube wie viel passen denn da rein ich glaube 48 so was um den dreh genau manchmal reicht das halt nicht und deswegen habe ich jetzt hier mal diese riesengroße box hier bestellt mit den tic tac dosen da kann man das auf und zu machen das hier mache ich mir tatsächlich meistens ab das schneide ich dann hier ab weil das brauche ich nicht dass das stört nicht beim stapeln wie gesagt in griffen den schneide ich mir ab das hier ist sehr praktisch dann kann man sich da alles drauf schreiben und auf die tic tac dosen drauf kleben die sind zwar schon gut weil da ist auch viel platz drin aber ich finde das zurückschütten immer so ein bisschen schwieriger als bei diesen viereckigen deswegen habe ich lieber die viereckigen aber ja passt halt nicht so viel rein in die viereckigen und ich mache mir das als meistens komplett ab und genau schön dass dann da rein funktioniert auch gut ich glaube das waren 64 ich habe jetzt nicht nachgerechnet aber ja brauchte ich genau freue ich mich sehr drüber und ich habe auch eine box mit diesen doppelten tic tac dosen ich weiß aber nicht mehr wo ich die her hatte und irgendwie sehe ich die auch nirgendwo mehr also das wäre schön wenn die auch mal wieder in die shops kommen würde mit den mit den doppelten tic takt dosen wo noch mehr reingehen genau und das kann auch gut verpackt hier an nochmal extra in so einer tüte und dann habe ich noch ein bild und irgendwie weiß ich gerade gar nicht mehr was da drauf ist ich habe keine ahnung ach ja ich erinnere mich ich erinnere mich tool kit eckige steine oha die sind schön die sind top die glänzen so schön das sind richtig schöne kräftige farben gelb das glänzt so auch das ist schön ja ist schon ein bisschen vielseitiger jetzt hier von den tönen zeige euch mal das bild eckige steine 40 x 50 cm ist es groß und hat 23 farben das ist ein leuchtturm mit hier so einem anker eimerchen hat mir gut gefallen habe ja schon mal ein bild mit einem leuchtturm gemacht habe ich meiner mutter lang geschenkt ist echt schön ist mal was anderes so sieht aus genau das war's mit dem video mit den produkten ich werde alles in die infobox setzen und verlinken ich wünsche euch einen wunderschönen tag macht's gut tschüss